Oh Valentine, Valentine, was ist los mit dir? In deiner Luxuslimousine, ja da gefällt es dir. Gibt ihr mir so ein Lied, das hört sich so ähnlich an, das hab ich jetzt ein bisschen umverwandelt. Also es gibt ja Valentine, das wurde ihr verwünscht für eine Rückwärtsversprechung. Und dann gibt's natürlich auch vielleicht die andere Version Valentine. Ist dann so anglisiert. Ich mach einfach mal beide, dann weiß ich ja nie genau so, was ist jetzt die Richtige, wie das ausversprochen wird. Machen wir erstmal Valentine. Ändi, ne, laf. Oh, laf, habt ihr gehört. Oder Valentine. Njad, nulä. Das ist es schon wieder verwirrt. Schöne Vertagung und Veressung, Vertrinkung, Verspielung, Fernsehverguckung, vielleicht noch Vergehung draußen. Versonnung und später eine Verschlafung. Tschüss, euer Ullu. Meist.